Ich heisse Luca Zimmermann, komme aus Domedemse, gehe in die zweite Oberstufe und wohne mit meinen Eltern, mit meinem jüngeren Bruder. Ich bin hier im Klosters, fünf Tage lang mit sieben anderen Jugendlichen und wir arbeiten hier für das Bergenwald-Projekt und das Projekt wird gesponsert von GKB. Wir räumen hier den Wald auf und machen hier Wege. Dieser Weg ist für den Förster gemacht, damit er zu den Sachen herkommt, die am Hang drin sind. Zum Zaun zum Beispiel bei den jungen Bäumen. Ich würde es sicher weiterempfehlen als Ferienjob. Auch um Geld zu verdienen, aber auch um zu schauen, was die Waldarbeiter den ganzen Tag zu tun haben. Es ist vielleicht auch eine Angewöhnung an die nächste Woche, wenn ich selber arbeiten muss. Vielleicht nicht so körperlich streng, aber auch mit aufstehen und so lange arbeiten. Eigentlich finde ich es noch gut. Ich fand das Gefühl, dass ich neue Leute kennengelernt habe und mit denen diese Woche verbringen konnte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.